Wir haben hier draußen etwas gefunden. Etwas, das möglicherweise nur Sie verstehen. Oh mein Gott. Ich habe 20 Jahre damit verbracht, uns darauf vorzubereiten. Wir haben Ihre Technologie benutzt, um unseren Planeten stärker zu machen. Aber das wird nicht genügen. Ich sehe Sie in meinen Träumen. Sie kommen wieder zurück. Heute werden Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen. Nicht etwa gegen Türenlei, Verfolgung oder Unterdrückung. Sondern gegen unsere Vernichtung. Und sollten wir diesen Tag hier bestehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag halten. Sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Wir werden nicht ohne zu kämpfen untergehen. Nach links! Wir werden überleben! Wir werden weiterleben! Heute feiern wir gemeinsam und wir... Das ist definitiv viel größer als das letzte Mal. Das ist definitiv viel größer als das letzte Mal. Wir werden noch ein paar Stunden suicide. Das ist der 1 Ignatz. dep trásent uns viel größer als das letzte Mal. Je sofort vor گern Kwaku.